Könnt ihr euch downloaden? Ich mach jetzt mal nebenbei ein paar Packs auf, Jungs, dass wir hier mal vorankommen, du, das gibt's ja gar nisch. Ähm, 35 K-Sets machen wir gleich, Jungs. Und auf... Oh mein Gott! Ja, was ist denn hier los? Das allererste Set des Tages! Hugo! Der Hugo ist der Kameramann! Nee, das war nicht Hugo. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall fucking Juri in pink! Holy shit! Gut, Freunde, wir müssen eigentlich noch einen Footie-Counter machen, oder? Ja, werde ich das so handhaben, dass ich auch wirklich... Jetzt mach Packs auf, du laberst zu viel. Das ist... Zweite Set und Dumbia! WTF! Jungs! Das ist das zweite 15 K-Set! Das zweite Set überhaupt! Was wir heute auch machen. Ah, Jungs, ich schwitz hier. Unglaublich. Oh! Oh, Cavani! 90er Rating! Das Lied bringt Glück! OMG im Hintergrund! Cavani im Back! 90er Rating! Und hinten drin, Duplikat Dumbia! Boah, das wäre jetzt so episch! Jungs, kloppt da mal hier den absoluten Hype raus, Freunde! Ja, Wahnsinn! So, unsere ersten zwei Footies haben wir direkt hintereinander gezogen. Und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt wieder! Ja, ja, Turi! WTF, was ist denn los? Jungs, was ist denn heute los? Wollt ihr mich verarschen? 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 Wollt ihr mich verarschen?